Hallo und herzlich willkommen hier ist der Pink Thunder. Ich begrüße euch recht herzlich in Cold War. Wir spielen eine Runde Kistenkrieg. Und der Quyter spielt gegen mich. Da bin ich mal gespannt, wie es heute abgehen wird. Loll! Wo ist denn der da langlaufen? Ich bin in der Mitte geworden. Hä? Loll. Ja. Ich habe mich einfach wieder nicht getroffen. Ist das belastend? Ich hoffe, dass da jetzt auch gleich irgendwie mal ein paar Vorräte für mich kommen. Fang! Loll, Alter! Wie ich einfach wieder nur eiskalt? War ich nicht so weit? Ja, okay, sorry. Ey! Mischer! Vorräte. Die Oberregel. Warum hat der Vorräte? Alter, wie ein Schluck, ey. Tino, hast du die Punkte hochgestellt? Ja, ja. Ja, ja. Das ist alles noch so abgespeichert. Wie wäre es denn, wenn ihr mir auch mal Dinger besorgt hier? Nee, geht gar nicht. Digga, warum mache ich eigentlich nur Hitmarker? Ich verstehe das nicht. Ja, weil das die absolute Hitmarker-Maschine ist, Tino. Komm her, mein Caesar. Ich habe auch gleich Vorräte. Irgendwann mal. Komm, da ist was Gutes drin. Als ob du weißt, wo ich stehe, Brian. Komm, da ist was Gutes drin. Ja, wir haben alles zu zeigen. Für euch. Ja, jetzt ist es geschehen. So, habt ihr euch wieder vernünftig platziert? Oh, natürlich. Hä, warum wird ihr über die Kiste? Au, au. Ich habe es gewusst. So, ich mache jetzt mal was Gutes für euch, damit ihr auch mal ein paar Kisten ranholt. Na, Spaß. Okay, hier, bitteschön. Jetzt, Freunde. Jetzt, 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 jetzt. Guckt mal. Jetzt habe ich euch Licht gemacht. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Tino, Vorräte. Für dich stehen schon bereit. Danke. Jetzt kommt's bei ein Spiel um die Ecke. Mischa, ich hab's das Tool dabei, wo du switchen kannst. Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Na, was dachtest du denn? Ja. Tino, Kiste. Bleib doch nicht nur da stehen. Es ist einfach lächerlich. Mich aber Vorräte. Ja, dann komme ich wieder zu zweit. Lul? 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 Bleib doch mal stehen, Bruder. Was ist denn da los, Alter? Wallhack des Todes, oder was hier? Wallhack des Todes, ich schwör. LUL? Bitte habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ey, hör doch mal auf, Bruder. Das tut doch weh. Oh, warte mal. Was ist denn das? Sehr gut, Mimo. Das gibt's mich, Alter. Aber ins Haus gehen darf man trotzdem nicht mehr, sowas, gell? Ne, ne. Ja, ich hab Vorräte. Bleib schön draußen und stirb. Wie viel sich das anhört. Wie bin ich jetzt gestorben? Hä? Tino? Ja. Oh, der hat sie 130. Häh? Lul? Wie toll. Lul ist kaputt, keine Sorge. Tino, ich hab hier schöne Vorräte für dich. Ja, schieß mal den Hubschrauber kaputt da oben. Also, was ist denn? Kommt noch gar nicht, Bruder. Stirb. Ja. Ich sterbe einfach, du. Nein, nein, nein. Ich geh mit meiner Waffe wieder. Nein. Ich bin halt im Kompel. Oh, ich hab weggeballert. Mann! Nimm doch nicht damit dieses Ding. Oh, was haben wir denn hier? Kriegsmaschinen, na gut. Ist doch, Alter. Einfach da rein schießen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein, ich hab schon wieder die Waffe gewechselt. Shit. Wie schützt du in der Garage, Tino? Alles klar, ich kümmere mich drum. Micha, du hast Vorräte. Er ist fuck hinten. Micha. Viele. Micha, du hast nur noch 51 Sekunden, ne? Um alle aufzusammeln. 21 Sekunden. 1 und 4 und 4. 60 Sekunden. Lul, habt ihr das gerade gesehen? Wie viel? Wie, wie, wie viel? Wie, wie, wie? Wie viele? Wie viele Granaten hab ich gerade von dir geschluckt? Alter, das ist nicht normal. Du hast mir die volle Breitseite. Ja, aber hallo. Und schon wieder die falsche Waffe aufgewechselt. Ist doch, Alter. Ich bin aber besser, Digger. Ich bin besser, Digger. Wer seid ihr? Das ist ein Zeichen von Tomahawks von mir. Boah, 3er-Kill. 3er-Kill. Lel. Dafür hat sich der Tod gelohnt. Bester Moment. Was? Wie, bester Moment? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Meine Granate hat einfach nicht... Nö, ne? Wie steht's denn eigentlich momentan? 32 zu... 63. Ja, jetzt Zeitenwechsel. Jetzt geht's richtig los. Oh, ja, genau. Ich hab einfach genauso viele Kids wie du. Ist das schon peinlich. Das liegt aber dann an meinem Team, muss ich jetzt leider so sagen. Aber... Ich hätte da noch was im Angebot, um das jetzt mal wieder ein bisschen auszugleichen. Ah, ein Helikopterschütze. Alles klar. Ich kann halt alle drauf. Oh, nee, wir sind auf der Seite. Alle drauf. What the fuck? Ich kann mich ja einmal drauf schießen mit dem Raketenwerfer. Alter, der ist da unten linkt. Tino, äh... Mischer dafür hab ich... Vorräte bekommen für den Helikopterschütze. Oh, nein. Die hat mich fast erwischt. Ja, er hat eine AC-130. Tino Vorräte sind hinten. Wo ist der? Tino Vorräte sind hinten. Ja, sorry. Ich bin gerade beschäftigt. Ich glaub, drauf schießen bringt da nichts bei dem Link. Apes Together Strong. Und die waren echt scheiße geworfen. Sorry. Ente, wie lange geht das denn? Tino, drei Mal. Ja. Tino, drei Vorräte sind drin. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ah, doch, das nehmen wir. Wie? Ey, wer ist da im Hau? Ah, okay. Okay, never mind. Das ist ein Geschütz bei Tinos Garage. Sind wir überhaupt gar nicht. Zum Glück bin ich da gerade weggerannt. Alter, wird mir da weggeholt auf der Seite. Ist so, Alter. Zumindest P.I. Da geh ich nicht mehr hin, ey. Das boykottiere ich. Ah, nein. Du bist natürlich auch der Dreckige. Nein! Ich hab mein erstes Tor. Tino, Vorräte sind hinten. Ja, danke. Er hat schon wieder eine VTOL, Alter. Ich fass das nicht, Mann. Josen. Ey, da ist ein Vorräte. Nimm mal, hier. Ich hab das schon zu hinten. Er sagt es auch. Nein. Hä? Tino, auf Tinos Kiste. Ja, bin gleich da. Toppiste, ist das Schöne für dich drin. Ey, so gut. Tino, zwei Vorräte nehmen. Micha, du musst aufholen. Micha, du hast Vorräte. Sehr schön. Micha, guck mal, hier hat die Kiste. Komm mal her. Nein, André. Nimm die mal. Ja, die... Fuck. Fake. Fang. Artillerie angebordert. Nein. Ich hab's überlebt. Ich hab's wieder überlebt. Tino, wer bist du eigentlich? Wie, was bin ich? Wer bin ich? Was? Wo? Wo ist Gunship? Gunship, 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 Gunship. Huuuuh! Nehmen wir doch glatt! Tino kriegt ein Hochrattenball. Na, Argon. Ich hab doch... Was? Ich seh nix mehr. Oh, es fängt schon wieder an. Ist denn die... Ach, ne. Und wer? Quiri, Beschwerde. Der hat schon Geld. Komm, random Tom, mach mal. Tresst was. Komm, mach mich glücklich. Tino, ich seh gerade jemanden. Tino, ich seh gerade jemanden. Das ist ja wieder dieses dumme Kissenglück, alter. Man, ah, nicht so gut jetzt. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe. Ah, die halbte Yuum... TOP! Er lockt noch. Oh, Tino und die Kriegsmaschine. Alles gut. Oh, heimlich. Welche Seite ist er? Welche Seite ist er? Sieht oben am Fenster. Nein! Tino kommt um die Ecke da. Abfahrt er? Nein, die stand direkt am Auto. Aber Spoiler, schau dich direkt dran. Ich glaube nicht. Ich schiebe die Pferde. Obwohl ich wieder auf Streak bin, die Fotze. Oh, ist dein Hubschrauber kaputt gegangen? Das tut mir aber leid. Gleichstand? Ist schon vorbei? Aber Tino, ich hab... Ich hab, glaub ich... Nein. 180 zu 127. Also, sei mir nicht los. Ich will ja nichts sagen, aber du hast jetzt noch Glück gehabt, weil meine anderen Abschlussserien gerade angefangen haben. Also, die waren gerade fast fertig. Deswegen hab ich mich so gewundert, dass es schon fertig ist. Nein, du hast nicht gewonnen. Weil ich einfach... Ich bin der König. Ich. Bin. Der. König. Freunde, wenn ihr mal selber dabei sein wollt, dann einfach abends 19 Uhr bei Twitter in den Livestream kommen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen, mein Träumchen. Haut's da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.